So, dann schauen wir mal uns ein paar HTML-Codes an. Ich habe jetzt hier schon was vorbereitet, einen Client, einen Web-Server. Bei dem Client habe ich schon einen Web-Browser installiert. Ich habe auch die IP-Adresse schon entsprechend vergeben. Und wenn ich jetzt hier sage, starten, kann natürlich noch keine Webseite aufgerufen werden. Das heißt, wir brauchen jetzt erst ein paar Installationen. Ich gehe hier auf die Software-Installation. Wir brauchen einen Text-Editor und natürlich einen Web-Server. Rüber und Änderung annehmen. Und den Web-Server, den starte ich jetzt erst mal. So, und wenn der Web-Server gestartet ist, kann ich hier den Browser aktualisieren. Und man sieht hier diese Standard-Webseite, die bei dem Web-Server hinterlegt ist. Jetzt schauen wir uns mal den HTML-Code an, der da hinterlegt ist. Also, ich gehe mal in den Text-Editor rein, sage Öffnen. Dann habe ich hier den Ordner Web-Server schon mal. Doppelklick. Und wir brauchen die Index-HTML. Hier ist noch ein Bild hinterlegt. Das ist dieses Bild hier, das er hier rauszieht aus diesem Ordner. Ich muss hier nochmal draufklicken, dass hier der Dateiname erscheint. Und dann kann ich die Seite öffnen. Also, ich habe jetzt den Text-Editor, mit dem Text-Editor die HTML-Seite geöffnet. Man sieht hier jetzt entsprechend die HTML-Codes. Und hier im Browser dann entsprechend die Webseite, wie sie sich darstellt. Ja, es fängt immer an mit spitzen Klammern. HTML kommt jetzt praktisch und hört dann auf mit spitzen Klammer, Schrägstrich, HTML. Und das finden wir hier oben. Also, einmal hier ist der Begin. Dann ist hier das Ende. Dann gibt es einen sogenannten Kopf, den Head. Der ist hier zu finden. Ich kann das auch ein bisschen absetzen. Dann ist das etwas übersichtlicher. Wirkt sich aber auch nicht großartig aus. Ich kann jetzt hier diese Veränderung speichern, hier refreshen. Und man sieht hier keine Veränderung. Ja, was kann man hier jetzt zum Beispiel machen? Ich kann jetzt zum Beispiel hier die Hintergrundfarbe kann ich ändern. Also in den Anführungszeichen, wenn ich jetzt hier reinschreibe Yellow, speichere das Ganze, aktualisiere das Ganze, dann habe ich auch hier entsprechend den Hintergrund auf Gelb gesetzt. Oder hier bei dem Bild, was er hier sich holt, da ist die Zentrierung hier eingestellt. Wenn ich das hier lösche und sage Left, speichern, dann sehe ich, dass das Bild zum Beispiel darüber wandert. Okay. In den Unterlagen habe ich jetzt einen HTML-Code vorbereitet. Den musst du natürlich genauso übernehmen und das machen wir jetzt mal. Ich lösche das Ganze und übertrage das. Beim Kopieren, Einfügen sind leider die Einrückungen hier verloren gegangen. Ich kann das selber so ein bisschen kurz machen. Hier zum Beispiel die Überschrift. Da steht hier H2. Ich kann jetzt hier zum Beispiel auch hergehen, statt H2 ein H1 machen. Aber jetzt schauen wir uns erst mal an, wie es mit dem H2 aussieht. Also ich sage wieder speichern, aktualisieren und hier habe ich dann meine neue Webseite mit dem Hintergrund Gelb. Dann, was haben wir denn noch? Ein Bild haben wir dieses Mal nicht dabei. Ich habe jetzt hier noch einen Link auf eine Seite, auf die Kontaktseite, die noch gar nicht existiert. Die müssen wir jetzt praktisch erst anlegen. Ich speichere das nochmal und sage Neu. Und für die zweite Seite habe ich auch schon einen entsprechenden HTML-Code vorbereitet. Den kannst du hier auch wieder genau exakt so abschreiben, wie es hier vorgegeben ist. Und dann sagen wir Speichern unter in den Ordner Websurfer. Ansonsten müssten wir nochmal einen Pfad eingeben, wo diese andere Seite zu finden ist. Und wir speichern das Ganze als Kontakt. Kontakt.html. Speichern. Und jetzt probieren wir mal aus, ob diese Seite schon erreichbar ist, indem ich hier auf die Kontaktseite klicke. Und man sieht hier, habe ich die zweite HTML-Seite, die Kontakt.html, aufgerufen. Ich kann jetzt hier auch wieder zurück zur Startseite springen. Dieser Link dazu, der ist hier zu finden. Also Hyper-Referenz ist gleich Index. Das ist die Index.html. Und als Text wird praktisch Standardseite angegeben. Und man sieht das hier, indem das hier blau hervorgehoben und unterstrichen ist. Und wenn ich hier entsprechend draufklicke, dann wird wieder auf die erste Seite, auf die Index.html verwiesen. Okay.